Es ist ganz egal, was irgendwelche Zeitungen über mich schreiben, was irgendwelche Fernsehsender über mich berichten. Oh, ich brauche gar nicht weit fragen. Ich brauche gar nicht weit fragen. Bitte mal die Kameras auf Herrn Vogt. Herr Vogt vom WDR, herzlich willkommen in Deutschland. Sie waren bei mir zu Hause. Könnt ihr sich daran erinnern? Sieben Stunden war Herr Vogt bei mir. Wir haben es aufgenommen und ich habe mich jetzt, wo ich Sie sehe, dazu entschlossen, darüber zu berichten, denn das liegt mir am Herzen. Sie waren bei mir, Sie haben 70 Minuten nonstop gefilmt, nachdem wir uns sechs Stunden unterhalten haben in meinen privaten Räumen. Sie haben anschließend von diesen 70 Minuten nichts gebracht. Sie waren bei mir. Sie waren bei mir.